Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Aquamenta hat zwei neue Sorten auf den Markt gebracht, die wollen wir uns heute natürlich direkt angucken. Anfangen werden wir hier mit dem Red Marlina, danach gucken wir uns noch den Green Leo an. Das hier soll ein Limettentabak sein, das andere soll ein Himbeertabak sein. Den Himbeertabak habe ich bereits an, mit dem fangen wir an, dann switchen wir die Köpfchen und gucken wir uns auch noch den Limettentabak an. Wie immer, aber als erstes der Kopfbau. So, Kopfbau vom Aquamenta im Modell S. 255 Gramm wiegt das Ding leer, wir schauen später mal was rein ging. Dann schnappen wir uns unseren Aquamenta, rühren ihn erstmal ordentlich um, Schnitt, Feuchtigkeit, ganz Aquamenta typisch. Wir schnappen uns locker fluffig ein paar Gabeln Tabak und packen erstmal so ganz grob verteilt noch nicht genau Tabak rein, wie wir denken, dass der ungefähr liegen muss oder ungefähr so viel, wie wir denken, dass wir brauchen. Dann schnappen wir uns die Stecherseite von unserer Gabelstecherkombi hier von Case und verteilen einfach mal ein bisschen den Tabak, sodass wir überall gleichmäßig alles liegen haben, versuchen aber nicht so sehr anzudrücken. Dabei aufpassen, dass nichts direkt auf dem Pfannelloch liegt und auch außen auf dem Rand sollte nichts liegen. Da kümmern wir uns jetzt drum, da gehen wir einfach nochmal so rum und danach nochmal mit dem C-Watt drumrum. Ich finde, man muss darauf achten, dass man ihn nur ungefähr randhoch baut, ansonsten ist der Durchzug ziemlich beschissen. So sieht jetzt unser finales Produkt aus. Wie gesagt, ganz knapp unter den Rand, so ein paar Blättchen sind ungefähr randhoch und dann wiegen wir abschließend das Ganze nochmal. 273 Gramm haben wir jetzt drin. Ja, den Kopfbau habt ihr gesehen. Danach kommen wir wie immer einmal zum Geruch von dem Red Malina. Ich habe im Internet nachgeguckt, was das Ganze sein soll. Das Ding kam an, ich habe die Dose aufgemacht, ich habe dran gerochen und dachte mir erstmal so, okay, ja, fruchtig, frisch, riecht lecker, riecht schön süß, aber auch mit so einer spritzigen Note. Aber was das für eine Frucht war, konnte ich am Anfang gar nicht rausschmecken. Da dachte ich erst so, okay, auch mit dem Dosendesign, bisschen rot, bisschen gelb, bisschen grün, bisschen blau im Hintergrund noch. Das wird wieder irgendein Früchte-Mix sein, wo du gar nicht genau weißt, was es jetzt ist, aber am Ende kommt irgendwas Nices bei raus. Und dann stand da Himbeere. Einfach nur Himbeere. Und ich war so, okay, hätte ich jetzt irgendwie niemals rausgerochen. Also wenn man es dann weiß und man dran riecht, dann kann man da schon so ein paar Sachen mit verbinden und dann kommt das schon so halbwegs hin. Aber wenn man erstmal das Ding einfach nur unter der Nase hat und dran riecht, kriegt man irgendwie nicht so genau raus, was es ist. Es riecht aber im Endeffekt sehr, sehr lecker. Und wenn man das jetzt so ein bisschen unter der Nase hat und weiß, dass es Himbeere ist, kann man da auf jeden Fall einige Verbindungen bauen. Und ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass das Teil super krass nach Himbeere riecht. Schnitt und Feuchtigkeit Aquamenta habt ihr ja eben auch schon im Kopfbau gesehen. Wieder wunderbar, wie gewohnt. Lässt sich sehr entspannt bauen. Angenehm feucht, aber nicht zu feucht. Passt auf jeden Fall alles. Zwischendrin noch kurz ein paar Worte zum Setup, weil das habt ihr bei mir noch gar nicht gesehen. Das ist die Hardwood Hooker Beast vom Konziers, eine russische Steckpfeife. Das Ganze kombiniert mit einer von den neuen X-Hooker Bowls. Also X-Hooker hat jetzt auch Bowls bei Caesar machen lassen, die finde ich sehr, sehr nice geworden sind. Und mit diesem Frosted Design und diesem weißen Holz und dem weißen Kopf hat das, finde ich, sehr, sehr nice zusammengepasst. Deswegen heute mal die Kombi. Oben drauf ist der ATH Modell S mit einem Calout 1 Plus und drin sind zwei Tom C26 Coins. Mundstück ist das Viro One Forge Carbon in Black. Rauchentwicklung muss man, glaube ich, auch nicht großartig reden. Das seht ihr ja schon nebenbei, die ist wunderbar. Auch Rauchverhalten, ich hatte weder drücken noch kratzen beim Anrauchen, also alles optimal. So, der Geschmack von Red Malina. Auf der einen Seite sehr geil, auf der anderen Seite ein kleines bisschen enttäuschend. Warum enttäuschend? Auch im Geschmack, ja, man hat so eine leichte Himbeere am Start, aber ich finde, die Himbeere ist nicht sehr gut getroffen. Warum dann gut? Weil es im Endeffekt doch sehr, sehr nice schmeckt. Also, es ist nicht diese Himbeere geworden, die ich dann irgendwie erwartet habe, aber es gibt auch sehr, sehr wenig Himbeer-Flavor, die geil sind. Bei Virginia sogar super schwer, da fällt mir eigentlich nur der Respond von Shades ein, der auch noch ganz gut ist für eine Solo-Himbeere. Aber generell Solo-Himbeeren, sehr, sehr schwieriges Ding. Außer bei Dark Blend, da gibt es den Must-Have, der ist sehr geil. Bei Virginia ist es aber sehr schwierig und wenn jetzt jemand was in Richtung Himbeere haben will, kann man den Red Malina auf jeden Fall nehmen. Aber es ist trotzdem nicht so die Himbeere, wie man das erwarten würde. Was aber auch irgendwie nicht so richtig zu funktionieren scheint bei Shisha-Tabak. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr leckerer Tabak, den ich mir sehr gut in vielen Mischungen vorstellen kann. Man hat eine schöne süße Note, man hat so eine spritzige Säurenote, die da mit dabei ist und man hat eine leichte Aquamenta-typische frische Note mit am Start. Also alles in allem ein guter Tabak, der aber für eine Solo-Himbeere ein bisschen zu wenig Solo-Himbeere ist. So und ich würde sagen, dann switchen wir auch einfach direkt mal und gucken uns mal den Green Leo an. Und auf den bin ich sehr gespannt. So, das Köpfchen wird langsam warm. Der Green Leo. Soll auch wieder ein Monoflavor sein. Eine frische Limette. Mehr nicht. That's it. Der riecht aber schon mal deutlich vielversprechender, finde ich persönlich. Und da wird es auch deutlich schwieriger, weil da haben wir ja schon den Green Lean von Hukain, den ich sehr, sehr gerne rauche. Allerdings muss man sagen, dass die geschmacklich schon ein bisschen auseinander gehen. Der Green Lean hat so eine sehr aggressive, sehr, sehr saure Limettennote und der riecht eher so ein bisschen in die süße Richtung. Ich glaube, da kann man die so ein bisschen unterscheiden. Wie das dann im Geschmack aussieht, das gucken wir uns gleich an. Dann Kopfbau ist genau derselbe, Leute. Der Schnitt ist genau derselbe. Preis ist derselbe. Feuchtigkeit ist genau derselbe von Schnitt, Feuchtigkeit und Co. her. Aber Geruch. Also der Geruch ist unglaublich nice. Wenn wir sagen, der Green Lean will so eine leicht authentischere Limette sein, dann ist das hier eine Süßigkeitenlimette. Also man kennt das ja bei Süßigkeiten. Die riechen süß und sind aber gleichzeitig sauer. Beziehungsweise sind sauer, aber riechen auch süß. Also wisst ihr, diese Kombination aus der Süße und Säure, die man von Süßigkeiten kennt, die riecht man hier auf jeden Fall krass raus. Und das riecht sehr, sehr geil. Und auch die Limettennote ist eher so eine Süßigkeitenlimette, die aber brutal rüberkommt. Also in den Green Lean habe ich sehr große Hoffnung. Ich hoffe, dass ihr mich gleich nicht enttäuscht. Das ist auch das erste Mal, dass ich die beiden Flavor probiere. Die sind heute angekommen. Ersteindruck direkt am Start von den beiden neuen Aquamenta-Flavorn. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. So, noch kurz richtig anrauchen, das Ding. Muss ja auch auf ordentlich Temperatur kommen hier. Übrigens, Kopf ist wieder das ATH-Modell S. Ich habe keine Ahnung, wie die Colorways heißen, Leute. Die sind ultra verwirrend bei ATH. Das sind irgendwelche türkischen Namen oder von Bergen, Gebirgen, wie auch immer. Ich kenne die jedenfalls nicht auswendig. Aber das ist der matt-schwarze, unglasierte mit den weißen Punkten, wie ich ihn getauft habe. So, so langsam kommt das Köpfchen auf jeden Fall. Und was wir direkt merken ist, die Limette ist deutlich weniger süß, als sie gerochen hat. Schmeckt aber trotzdem sehr, sehr geil. Und ist, finde ich, auch immer noch süßer als der Hukain. Der Hukain ist für mich so eine überspitzte Limette. Auch sehr, sehr geil, keine Frage. Aber das ist für mich die natürlichere, leckere Limette. Und obwohl ich am Anfang dachte, dass das eher so in die Süßigkeitenrichtung geht. Diese komplett süße Note ist richtig krass weggegangen. Ihr habt eine schön frische Limette am Start. Ja, also sehr, sehr nice. Auch mit der Aquamentanrote zusammen passt hier wirklich perfekt. Und mit der Meerhitze kommt die Limette immer ein kleines Stückchen besser durch. Die frische ist immer noch ein bisschen mehr am Start. Ich finde aber, dass die frische mittlerweile, also die ist echt nicht übertrieben bei Aquamenta. Ich finde es vollkommen okay. Nochmal kurz zum Thema Shot bei Aquamenta, weil ich da in manchen Online-Shops und in manchen Fragen auf Instagram noch falsche Sachen höre. Aquamenta ist alles, was seit 2021 produziert wurde, wieder komplett ohne Shot. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Außer ein paar wenige Sorten, zum Beispiel der komplette Minze und ich glaube der Eisbonbon oder so. Aber das sind nur zwei, drei oder vier Sorten. Müsst ihr mal auf der Aquamenta at-store.com Seite gucken. Da ist das genau angegeben. Und auf die Angaben könnt ihr euch auch verlassen. Das ist der Shop von Aquamenta. Die zwei Sorten kommen auf jeden Fall ohne Shot zu euch. Da müsst ihr euch keinen Kopf drum machen. Ja, abschließendes Fazit zu dem Green Leo. Ein sehr geiler Tabak. Vom Geruch her war er unglaublich süß. Vom Geschmack her verschwindet die Süße so ein bisschen. Und ihr habt eine schön spritzige, saure Limette am Start, die krass authentisch ist. Vor allem erstaunlich, weil er im Geruch so süß war und mich viel mehr an Süßigkeiten erinnert hat. Und so irgendwie super natürlich ist. Also, auf jeden Fall sehr nice. Ich finde, sie schmecken beide gut. Der Red Malina hat ein kleines bisschen sein Ziel verfehlt, würde ich sagen. Also Solo-Himbeere ist einfach ultra schwer. Er macht einen guten Versuch. Er schmeckt auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube nicht, wenn ihr das jetzt einem Freund bauen würdet und ihm sagen würdet, probiere mal und sag mir mal, was das ist, dass er direkt auf Himbeere kommt. Glaube ich nicht. Vielleicht manche natürlich schon. Aber ich denke, die meisten Leute eher nicht. Bei dem Green Leo sehr nice Limette, die gut getroffen wurde. Relativ authentisch. Leichte Früche bei beiden am Start. Für mich auf jeden Fall zwei sehr nice Flavor. Das soll es mit dem Ersteindruck gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Eure Shisha-WG. Ich bin ein Och Seriously. Der Erste��라고요. ULL挑.